Ja, schön, dass ihr, ich duze einfach mal, dass ihr gekommen seid und mir zuhören wollt. Tatsächlich, ich habe viele Beispiele aus dem Datenjournalismus, also vielleicht können wir davon auch noch ein bisschen was mitnehmen. Genau, mein Titel, Sichtbarmachung, Verzerrung und Selbstermächtigung. Ich habe gestern ein paar Vorträge schon mitbekommen. Ich glaube, ein paar Sachen davon haben wir auch schon gehört. Ich möchte gerne so ein bisschen eine kritische Perspektive auf Datenvisualisierung werfen. Ich selber, wie eben gehört, bin quasi ein praktizierender Datenvisualisierer. Also ich mache sozusagen als Selbstständiger, mache ich das für unterschiedliche Institutionen meistens oder eigentlich immer für nicht kommerzielle Zwecke, für irgendwelche Stiftungen oder für Universitäten oder für journalistische Zwecke. Und genau, ich habe insgesamt vier Fragen, vier Ideen, eine Aktion mitgebracht, weil ich finde, dass sozusagen Visualisierung als Technik unglaublich gut ist, dass die aber auch sehr viel schlecht ist, wie eigentlich bei jeder Technologie, sehr viel schlecht ist damit auch gemacht wird. Und dass ich finde, dass die aktuelle Praxis sehr effizient und sehr produktionsgetrieben ist und dass irgendwie sehr wenig über die Ränder, über Alternativen, über Probleme gesprochen wird. Und deswegen habe ich einfach diese vier Fragen, Fragenblöcke eher, sind nicht nur einzelne Fragen mitgebracht, die für mich immer ganz hilfreich sind, wenn ich mir eigene Arbeiten angucke oder natürlich auch von anderen und dann vier Ideen, wie wir vielleicht anders über Visualisierung sprechen können und noch eine Aktion, um das Ganze noch ein bisschen, um den ganzen guten Ende zu geben. Genau, vielleicht kurz als Einleitung, was für mich sozusagen Visualisierung bedeutet. Kurzes Beispiel, was mich da sozusagen motiviert, weshalb ich das überhaupt mache, ist, gerade im Journalismus, es wird vielleicht, es ist ein kurzer Artikel, es wird über die Arbeitslosen geredet und dann steht da einfach, Arbeitslosenzahl ist 8,6 Prozent. Punkt. Darüber wird dann irgendwie die Story gemacht. Was Visualisierung kann, was ihr jetzt bestimmt auch schon in den Tagen oder gestern auch schon sehr häufig mitgehört habt, ist, Visualisierung kann dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Kontext geben, man kann einen zeitlichen Verlauf haben und dann sehen wir in dem Beispiel, was jetzt aus den USA ist, dass die Zahl tatsächlich gestiegen ist. Wir wissen also so ein bisschen besser, diese 8,6 Prozent einzuordnen. Und ich möchte jetzt hier gar nicht sagen, dass Visualisierung besser ist als Text, das war ja gestern vielleicht auch mal kurz, weil man kann es vielleicht schneller sehen und sonst was. Ich würde das gar nicht als absolut gut sehen. Für mich funktioniert das eigentlich immer nur zusammen. Weil ganz häufig bei so Tests, okay, das eine kann man vielleicht schneller erkennen, wir können irgendwie zehn Millionen Datenpunkte in der Sekunde oder was weiß ich erkennen. Diese ganze Forschung ist immer dann sehr auf einzelne Faktoren ausgerichtet und nicht, womit oder woran kann ich mich vielleicht längere Zeit erinnern, womit kann ich mich mehr identifizieren oder sonst was. Also ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so diesen Kampf aufmachen zwischen Text und Grafik, sondern einfach nur Visualisierung zeigt es anders erstmal vielleicht an. Genau. Das ganze Beispiel ist, da sind eigentlich noch ein paar Linien zu sehen, die sehen wir jetzt leider nicht. Aus der New York Times ist schon ein bisschen älter das Beispiel. Was die halt gemacht haben bei den Arbeitslosenzahlen ist, dass ich oben noch so ein Menü habe, wo ich dann genau auswählen kann, was ist die soziale Gruppe, die mich interessiert. Weil wir dann ein tatsächlich ganz unterschiedliches Bild bekommen. Ich habe das hier mal noch rausgenommen. Also sozusagen der Durchschnittsamerikaner hatte quasi sozusagen, da war diese Arbeitslosenrate. Wenn ich jetzt aber ein schwarzer Mann über 45 ohne Highschool-Abschluss bin, dann ist die Arbeitslosenzahl sehr viel höher. Und schon haben wir ein sehr viel facettenreicheres, nuancierteres Bild, was ich glaube in der Visualisierung auch sehr gut funktioniert und was wir irgendwie auch da als als Chance verstehen sollten. Genau. Wenn ich quasi normal bei Twitter unterwegs bin, finde ich ganz viele Visualisierungen, die ich mir dann irgendwie anschaue, die sehr fragwürdige Entscheidungen vielleicht getroffen haben. So zum Beispiel hier vom 16. März, da geht es um die Spritpreise und deren Zusammensetzung. Und wenn wir jetzt die Visualisierung mal angucken, genau der Dieselpreis. Und der Punkt ist halt hier, dass sozusagen es diesen Anbieterüberschuss gibt, weil der in den Spritpreisen inkludiert ist und sozusagen wie viel kostet ansonsten Rohöl und die Steuern. Und vielleicht wenn wir mal kurz zurückgehen, sozusagen hier in dem Tweet wurde ja die Aussage gemacht, dass eigentlich nur der Anbieterüberschuss so viel stärker gestiegen ist und eigentlich gar nicht der Preis für das Rohöl oder die Steuern. Wenn wir allerdings dann hier unten mal schauen, da sind ja diese ganzen Zacken in den Balken. Ich kenne das jetzt aus anderen Feldern, soll natürlich symbolisieren, dass da die Balken abgeschnitten wurden. Wenn wir uns jetzt aber einfach die gleichen Zahlen mal in einem Diagramm quasi richtig dargestellt angucken, haben wir natürlich immer noch den Effekt. Also hier die Anbieter oder der Anbieteranteil ist immer noch sehr viel stärker gestiegen als jetzt der blaue Bereich. Trotzdem ist es natürlich eigentlich auf der linken Seite falsch dargestellt. Ich kann ja auch nachvollziehen, weshalb es gemacht wurde. Soll ja schön in den Tweet reinpassen und dann kann man es ja unten abkürzen. Das Problem glaube ich ist nur, dass einfach einerseits der Autor sich einfach selbst ein bisschen angreifbarer macht und natürlich immer die Gefahr ist, was ist mit Leuten, die einfach nur ganz kurz auf die linke Grafik geguckt haben, haben jetzt vielleicht den Eindruck, ah hier sogar der Anbieteranteil macht tatsächlich irgendwie die Hälfte des Spritpreises aus. Was natürlich nicht stimmt, weil es jetzt einfach nur dem zu verdanken ist, dass unten abgeschnitten wurde. Genau und das glaube ich ist eine ganz gute Übung, auch da möchte ich euch halt ermutigen immer mal wieder, wenn euch so im Alltag Visualisierung begegnen, einfach zu gucken oder zu überprüfen, was wurde da gemacht, welche Entscheidungen wurden da getroffen, was sind da vielleicht Probleme. Und das Problem oder vielleicht das Gute ist bei Visualisierung, es gibt halt keine richtigen absoluten, weil zum Beispiel hier auf der linken Seite haben wir wieder den Effekt, dass ganz oben bei der Linie einfach die Achse abgeschnitten wurde. Es geht hier um den Tauchgang von den Wahlen und wenn man auf der rechten Seite sieht von den New York Times, da wurde das quasi nochmal für die Öffentlichkeit aufbereitet. Da wurde natürlich dieser gesamte Tauchgang, der gesamte Weg des Wahles dargestellt, weil da geht es ja auch einfach um die Tiefe, während hier für wissenschaftliche Kreise auf der linken Seite ist es glaube ich nicht so relevant, weil die interessieren sich dann eher für den Bereich, der unten passiert und da sind sozusagen die spannenden Bewegungen. Also auch da wieder ist es jetzt nicht grundsätzlich verboten, Diagramme oder die Achsen zu kürzen. Das kommt natürlich immer unglaublich stark auf den Kontext drauf an. Genau, eine andere Form von Auslassung ist mir hier begegnet. Das ist eine Präsentation von der New Yorker Polizei und da geht es darum, dass in New York diese Seven Major Filoni Offenses angestiegen sind. Also das sind so sieben Kategorien, also Totschlag, Überfälle, Diebstahl, Vergewaltigung, ich weiß nicht genau, was die anderen sind. Auf jeden Fall diese Rate sei sehr stark gestiegen, wie in dem Diagramm. Und hier ist jetzt erstmal nichts unbedingt falsch an dem Diagramm. Kann sich natürlich viel beschweren, dass da unten auch wieder das abgeschnitten wurde, das nicht bei Null startet, aber das lassen wir erstmal außer Acht. Weil es wird halt eigentlich erst interessant, wenn wir uns mal die Zahlen in einem längeren Kontext angucken und da sehen wir, wir kommen eigentlich von viel weiter oben und in dem Video wurden tatsächlich sozusagen nur hier die letzten vier Jahre betrachtet oder fünf Jahre betrachtet. Wo natürlich dann dieser Anstieg in dem kleinen Ausschnitt sehr groß ist, aber wenn wir das halt im Kontext sehen, natürlich ein ganz anderes Bild gezeigt wird. Genau und vielleicht kurz gesagt, ich möchte hier keine Aussagen über die Kriminalitätsrate in New York machen, vielleicht nur da unten ist noch ein Podcast von The Daily, da sprechen Sie länger darüber, weil ich glaube, das kann man auch nicht in einem Chart grundsätzlich beantworten und natürlich gibt es nochmal sehr viel mehr Facetten daran. Genau, also vielleicht der erste Fragenblock, welche Informationen werden gezeigt, was wird ausgelassen, welche Informationen bräuchte ich vielleicht noch, was wäre hilfreich am Kontext, um die Leserin, den Leser besser zu informieren. Genau, wir hatten ja eben ein Beispiel, wo ich einfach mal annehmen würde, dass die Leute es vielleicht nicht besser wussten. Natürlich gibt es haufenweise Videos, wo sie es vielleicht auch absichtlich falsch gemacht haben und genau, hier immer aus unterschiedlichen Ländern, auch Deutschland ist immer ganz gut dabei, Grafiken schön zu verzerren, also auch da immer mal wieder aufmerksam sein, das ist keine unbedingt eine Randerscheinung oder sowas. Und weshalb das Ganze für mich glaube ich auch so wichtig ist, ist bis vor kurzer Zeit war ja noch Trump häufiger im Fernsehen und da war es ja tatsächlich so, dass auch mit Charts argumentiert wurde, ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat, hier ein Interview mit Exios, wo es tatsächlich quasi um die Charts ging, welche Zahlen während Corona vergleicht man mit welchen, also nimmt man jetzt die Todes- oder die Gestorbenen geteilt durch die Gefälle insgesamt oder Anteil von der Bevölkerung und da ist es natürlich einfach wichtig, dass Journalisten und Journalistinnen einfach aufmerksam sind und sofort darauf hinweisen, wenn da irgendwelche Fehler gemacht werden. Das heißt, wir brauchen auch einfach eine Form von Data literacy, wir brauchen einfach so eine kritische Hinterfragung von Charts. Genau, aber um nicht nur negative Beispiele, sondern auch positive Beispiele zu haben, das hier ist zum Beispiel aus Taiwan, die sehr früh in der Kommunikation rund um Corona in dieser, was ja auch in Deutschland war, diese wöchentliche Corona-Berichterstattung vom Gesundheitsamt schon sehr früh angefangen haben, auch mit Charts zu argumentieren, wo sind die Zahlen gerade, was sollten jetzt die nächsten Entscheidungen sein. Und auch das erste Bild, was ich hier aus Deutschland gefunden habe, wo die Regierung tatsächlich mit Charts argumentiert hat, war im Januar, wo Habeck das Klimapaket begründet hat. Also es wird tatsächlich immer häufiger, dass Charts als Argumentationsgrundlage verwendet werden und dementsprechend kritisch sollten wir natürlich damit umgehen. Hier ist natürlich auch, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Leute sich wirklich gut damit auskennen, wie hier der Economist, auch die machen natürlich Fehler. Das ist ein sehr schöner Blog-Post von denen, wo sie auf der linken Seite immer zeigen, was sie zuerst gemacht haben und dann die Überarbeitung davon. Ich gehe jetzt nicht auf alle drauf ein, aber es ist einfach nur der Hinweis, es macht total Sinn, sich genau damit auseinanderzusetzen, was stellen wir eigentlich dar, was verstehen auch die Leute darunter und hier auf der rechten Seite ganz oben, wo ist vielleicht auch eine Visualisierung gar nicht angebracht, wo wäre es vielleicht besser tatsächlich, das irgendwie gar nicht oder in Textform oder separat oder was auch immer darzustellen. Aber darauf kommen wir später auch nochmal. Also einfach nochmal genau die Frage, welche Darstellung ist für die Daten geeignet und ich sage jetzt gar nicht, welche ist am besten geeignet, weil das kann man eigentlich auch nicht sagen, das kommt immer sehr darauf an. Vielleicht hier beim nächsten Beispiel, wenn ich jetzt fragen würde, was sind die Unterschiede dazwischen, in welchen Fällen würde ich was verwenden? So eine Stimmung, könnte das irgendjemand sagen? Ja? Ja? Okay gut, dann ganz kurz, wir haben zum Beispiel hier oben links, wenn wir oben links mit unten rechts vergleichen, wir haben hier oben diskrete Werte, das heißt zum Beispiel die Werte, die einfach einmal gemessen wurden, also die verkauften Zahlen oder wie viele Autos wurden in dem Jahr verkauft oder welcher Tabellenplatz oder sowas, während wir hier unten rechts dann kontinuierliche Werte haben, also zum Beispiel die Temperatur, wo wir durchaus zwischendurch Werte haben, die wurden halt einfach noch nicht gemessen. Oder auch oben rechts, wo es dann eher um die Fläche darunter, also zum Beispiel, wir bleiben bei der Temperatur unten rechts, oben geht es dann zum Beispiel das Verkaufsvolumen, wo es tatsächlich um das Volumen geht und nicht nur um sozusagen eine konkrete Zahl. Hier unten links haben wir dann vielleicht ein Ranking, weil wir tatsächlich es von oben nach unten eher als Ranking verstehen, während wir das von links nach rechts dann eher als zeitliche Abfolge verstehen. Aber auch das ist absolut, weil zum Beispiel auf dem Handy würde ich vielleicht eher die untere Darstellung nehmen, während auf dem Desktop-Rechner dann vielleicht eher das Querformat. Also auch da, es gibt tausende von Ausnahmen, aber es ist umso wichtiger, dass wir uns genau bewusst sind, was die einzelnen bedeuten, was da vielleicht für Fehler beim Lesen entstehen können und genau, was wir überhaupt damit sagen wollen vielleicht. Noch ein Beispiel. Sagen wir, wir haben jetzt unseren Chart-Typ richtig ausgewählt. Hier ein Area-Chart daneben weg, ein Bar-Chart. Ist erstmal alles in Ordnung, wenn wir uns das allerdings jetzt immer inhaltlich angucken. Es geht hier darum, der Anteil von Frauen in den Fortune 500 Firmen und ist natürlich sozusagen, wie es erstmal aussieht, oh wow, total gut. Wir sind jetzt hier bei irgendwie drei oder vier Prozent, 3,5 Prozent. Krasse Anstieg. Aber richtiger wäre natürlich, wenn wir uns das einfach mal angucken würden, sozusagen von 100 Prozent, weil das ist, oder sagen wir vielleicht einfach 50 Prozent, sollte ja vielleicht die Zielmarke sein. Das heißt also da einfach genau darauf achten, wer ist jetzt auch die Person, die die Grafik erstellt hat, quasi was ist sozusagen die Perspektive darauf, was die Autoren schafft, was soll insgesamt überhaupt vermittelt werden. Genau, außerdem konnte man ja die beide in eine Dimension oder sozusagen auf eine Achse legen, wenn man eh schon die gleichen, wenn man eh mit Prozentwerten rechnet. Genau, ein anderes Beispiel ist wieder aus den USA. Genau, die Grafik ist nicht richtig zur Präsentation gemacht, also es gibt diesen, ich habe leider keine Maus. Genau, hier unten beim Emerson College, fangen wir mal an, gab es diesen Clarity Report oder den gibt es insgesamt in Amerika, wo alle Hochschulen berichten, wie viele sexuelle Übergriffe es gab an dem College. Und da gab es hier vom Emerson College war ein relativ hoher Wert im Vergleich, also diese 0,15 Prozent im Vergleich jetzt zur Boston University, wo wir diese 0,04 Prozent an sexuellen Übergriffen hatten, wo es natürlich erstmal den Eindruck macht, dass Emerson total schlecht ist, weil da gibt es ja viel mehr sexuelle Übergriffe. Das kam allerdings an Gruppen von Studierenden sehr seltsam vor, weshalb die nochmal eine eigene Befragung gemacht haben, also diesen Climate Survey, der natürlich auch vielleicht ein bisschen fehlanfällig ist, wie Sie gesagt haben. Allerdings sind sie da direkt auf die Leute zugegangen und haben die halt nochmal anders befragt und tatsächlich die Zahlen zeigen, dass es genau andersrum ist. Und da haben sie halt einfach umgeguckt an den Unis, wie ist das denn überhaupt, wie sehr werden Studierende dazu ermutigt, sexuelle Übergriffe zu überhaupt zu berichten. Und tatsächlich war es halt so, dass am Emerson College einfach viel mehr darüber gesprochen wurde, dass einfach viel, dass das viel präsenter war. Es gab viel mehr Anlaufstellen, viel mehr Vertrauensdozierende, mit denen ich sprechen konnte und dementsprechend natürlich auch die Zahl sehr viel höher war. Also auch da sehen wir wieder, dass quasi die Datenerhebung eine ganz große Rolle spielt und nicht nur, wie es dargestellt wird. Da gibt es relativ viel quasi Untersuchungen schon zu. Man spricht da von den Data Settings, also was ist die Umgebung, in denen die Daten erhoben wurden. Und da gibt es einen ganz wichtigen Begriff und zwar ist es Kapta. Das ist nämlich von Joanna Drucker quasi erfunden oder besonders häufig verwendet, dass wir anstatt von Data immer zu reden, sollten wir stattdessen von Kapta reden. Weil Data klingt immer so oder quasi in der Definition ist ja das Gegebene. Sie argumentiert allerdings so, dass es eigentlich immer ein aktiver Prozess ist. Also immer wenn wir Daten erheben, ist das eine ganz gezielte Auswahl von Daten, das ist eine ganz klare Kategorisierung. Da ist sozusagen, da werden Entscheidungen getroffen, das ist einfach ein aktiver Prozess und nicht dieses vom Himmel gefallene Daten, die sind halt einfach so. Genau, also dementsprechend sollte man es auch immer die Frage stellen, wer ist jetzt die Autorin, wer ist der Autor und auch sehr schönes Zitat hier von Kathleen Diagnasio und Lauren F. Klein in Data Feminism, das ist ein wunderbares Buch, kommt später nochmal, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, was sind sozusagen die Kategorien insgesamt und was sind die Strukturen, die diese Datenerhebung oder die diese Daten bedingen. Also wer sind die Personen, was sind die ja die Intentionen vielleicht sogar tatsächlich dahinter. Genau, es gibt Critical Data Studies tatsächlich und vielleicht wäre das ja auch so eine Idee, das Ganze mal für Visualisierung, also so eine Critical Vis Studies oder sowas. Aber genau, ich glaube dafür braucht man einen eigenen Vortrag. Was das für Auswirkungen hat, sehen wir hier auch nochmal. Das hier ist eine Sportlerin aus Südafrika und hier in dem Tweet geht es darum, dass sie sich ja darüber lustig macht, dass sie in manchen Kategorien, also in 400, 800 und 1500 Meter und 1600 Meter, dass sie da als männlich gezählt wird und in den Kategorien 100 Meter, 200 Meter und längeren Distanzen dann als weiflich gezählt wird, weil die tatsächlich von unterschiedlichen Gremien da quasi die Regeln festgelegt werden, ab wann man jetzt als Mann und wann man als Frau gilt. Tatsächlich wird das ganz häufig einfach nur am Testosteronwert gemessen, der allerdings auch je nach Veranstaltung wieder wechselt und sowas und ich glaube spätestens seit Böhmermann wissen wir, was in der Medizin los ist, wie sehr das vom Patriarchat geprägt ist und genau, was quasi dann die Resultate daraus sind, sehen wir glaube ich sehr schön an so ein Beispiel. Also einfach die Frage, was wird überhaupt gezählt, wer zählt die Daten und in welchem Umfeld und noch ein schönes anderes Beispiel ist hier von Maja Göpel aus ihrem letzten Buch, wo sie das Beispiel hat, dass ein Tankerunglück im Grunde sehr gut ist für das Bruttoinlandsprodukt, weil durch das durch dieses Tankerunglück werden wieder Firmen beauftragt, die das sauber machen müssen. Es wird, genau, Fernsehteams sind da, die produzieren alle Geld, Leute gucken dahin, da wird unglaubliche Aufmerksamkeit generiert und all das ist quasi in unserem aktuellen Messverhalten von Wirtschaftsleistungen ist es erstmal gut, weil da die Umwelt einfach hinten überfällt, sozusagen die Umweltverschmutzung, die gestorbenen Tiere und sowas, spiegelt sich alles nicht im Bruttoinlandsprodukt wieder, genau und dementsprechend kann man eigentlich sagen, Ölunglücke sind gut für das Wirtschaftswachstum und dementsprechend einfach die Fragestellung, wer hat die Daten erhoben und auch welche Idee der Welt steht dahinter, was sind die Kriterien, die den Indikator beschreiben. Das nächste hatten wir gestern auch schon, hatten wir über Karten gesprochen, hier ist eine Karte, die ist von Frontex, die soll beschreiben oder soll darstellen, die Flüchtlinge, die nach Europa kommen. Genau, da sind natürlich sehr viele Probleme drin, also zum Beispiel, es sieht ja so aus, als kam einfach so ein gigantischer Strom von Menschen oder von Pfeilen eher nach Europa. Grundsätzlich wollen alle nur nach Europa, also es gibt keine Bewegung in irgendeine andere Richtung, was natürlich nicht so ist. Es gibt keine Zwischenstopps, es gibt kein Zurück, irgendwie als würden sich alle ins Flugzeug setzen aus Nigeria, zack, nach Italien fliegen, was natürlich einfach nicht stimmt, vielleicht so als Zwischenbemerkung, aber glaube ich sind wir uns alle einig, dass diese Wege auf keinen Fall so linear sind, dass es auf keinen Fall nur nach Europa geht, dass sie wenigstens wahrscheinlich einfach so mit Flugzeug von hier nach da fliegen. Und das andere Problem ist natürlich, dass diese Karte an sich schon eine gewisse Idee von der Welt vermittelt. Also wir haben im Hintergrund die Nationalstaaten, das sind quasi so die statischen Elemente, die liegen schön stabil, natürlich im Blau, weil es ja schon ein neutrales Europa und alles Negative, alles was sich bewegt, ist rot, also erstmal bedrohlich und kommt von außen und stürzt dann quasi so auf das schöne Europa ein. Das ist natürlich auch eine ähnliche Debatte, die wir sonst haben. Irgendwie so, welche Begriffe verwenden wir, was sind, also reden wir von der Flüchtlingswelle oder Flüchtlingsströmen und was sind die Narrative, die quasi dazu führen, dass wir uns ein Bild von Situationen bilden. Und man könnte hier natürlich auch noch sagen, dass diese Personenströme auch lediglich nach ihrer Nationalität kategorisiert werden und da auch ganz andere, also was ist, wenn Leute irgendwie mehrere Nationalitäten haben, was ist die besonderen Umstände, weshalb sie überhaupt reisen, das wird natürlich hier alles vernachlässigt. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Frontex, die mochte ich sowieso noch nie, aber das Problem ist, das finden sich natürlich auch in Schulbüchern wieder. Ich weiß nicht genau das Jahr, aber es wird ja hier von den Zahlen 2000 bis 2010 gesprochen, also allzu alt wird die Grafik nicht sein in einem niederländischen Schulbuch und hier ist es ja eigentlich nochmal viel krasser, also das ist ja eher eine Darstellung von Krieg, so vielleicht der erste Eindruck, aber tatsächlich auch da geht es um flüchtende Menschen, die nach Europa möchten. Aber auch ganz aktuell tatsächlich hier ein Beispiel von der BBC mit der Ukraine, was hier natürlich passiert ist, klar die Farben sind unterschiedlich, aber im Grunde werden hier anhand dieser Pfeile sozusagen diejenigen, die aus der Ukraine flüchten und die Russen, die eindrängen, mit den gleichen visuellen Mittel dargestellt. In beiden Fällen sind es Pfeile, die von außen nach innen irgendwo eindringen und in beiden Fällen sozusagen wird davon ausgegangen, dass hier sozusagen die gleichen Bewegungen stattfinden, obwohl es natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Darüber haben sich auch viele Leute beschwert, weshalb die BBC das kurze Zeit später auch geändert hat. Dann waren es halt so Kreise, hier noch Beispiele von der Financial Times, die hat es auch ähnlich gemacht. Financial Times hat dann sogar geschafft, noch diese 1,1 Millionen Menschen, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind, darzustellen. Hier oben Economist hat dann auch nochmal, anstatt einfach nur diese Streifbewegung, tatsächlich Menschen gezeigt, um darzustellen, das sind alles Menschen, das sind nicht nur riesige Kugeln, die über Europa herfliegen. Also einfach nochmal so ein bisschen eine Personifizierung. Auch hier, genau, Financial Times hat es irgendwann auch geändert, dass gar keine Karte mehr angezeigt wurde, sondern dann eher einfach nur die, sozusagen die Zielländer und tatsächlich, wie man auch hier sieht, riesiger Kreis an Menschen, die innerhalb der Ukraine geflohen sind. Und noch ein letztes Beispiel von den New York Times oben rechts, anstatt halt kreisen tatsächlich die Punkte, um auch da nochmal so ein bisschen darauf hinzuweisen, hey, das sind alles Individuen, auch selbst wenn hier ein Punkt für natürlich irgendwie 10.000, 100.000 Leute steht, trotzdem macht das Ganze vielleicht so ein bisschen persönlicher als einfach nur die Pfeile, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Genau, für das nächste springe ich mal kurz raus. Ich hatte leider keine Zeit, das Video zu schneiden, deswegen gucken wir uns das einfach mal hier an. Mir geht es hier darum, einfach nochmal eine ganz alternative Darstellung zu solchen Karten, ist kein Ton, ist alles gut, darzustellen. Ich spiele einfach mal vor. Also auch hier geht es um die Einwanderung in die USA und hier ist die Metapher, dass es halt ein Baum ist, der von innen nach außen wächst und dann man quasi diese Jahresringe sehen kann. Also quasi da ein ganz anderes Bild. Es ist eher so, dass der Baum größer und stärker wird, je mehr Leute aus unterschiedlichen Richtungen nach Amerika kommen. Genau, und dann haben wir das hier so, ich springe mal ein bisschen nach vorne, damit wir das, genau, es ist ein bisschen blass hier, aber ich glaube, es wird klar, quasi wie dieser Baum in unterschiedliche Richtungen, je nachdem aus welcher Richtung die Menschen kommen. Also wir haben hier unten die Legende, diese Grünen kommen aus Europa, Norden, oder dieses blaue ist Kanada, Latin America, Afrika, Asia hier so ein bisschen und Middle East, weiß gar, sehe ich auch gerade noch nicht, aber genau, so sieht es dann Richtung Ende aus. Also ich finde es eine ganz charmante Art und Weise mal anders über Flüchtlingsströme nachzudenken, nicht immer dieses von außen nach innen Eindringende, sondern von innen wächst etwas und wird stärker und größer. So, dann also die letzte Frage auf der ethischen Ebene, welchen Eindruck vermittelt die Grafik und was sind so die Eindrücke, was sind die Metaphern, die wir verwenden, wem schadet das vielleicht was und wem nützt diese Grafik. Also hier nochmal in der Übersicht, ist ein bisschen umgangssprachlich formuliert, aber vielleicht ist es dementsprechend auch näher an eurem Leben dran und ihr könnt das vielleicht eher da mal verwenden. Als nächstes möchte ich aber über Selbstermächtigung sprechen, also einfach auch den Begriff hatten wir gestern schon, sozusagen was sind sozusagen dann Ansätze, um das Ganze vielleicht zu verändern, also um dem so ein bisschen gegenüber zu stehen, Visualisierung, die sehr stark vom Silicon Valley geprägt ist, Kategorisierung, die sehr patriarchal und westliche Strukturen sozusagen aufweist, Praxis, die sehr effizient und produktionsgetrieben ist. Als erstes würde ich sagen, eine Opposition zu einfachen Narrativen, das hatten wir am Anfang schon, wo wir die Arbeitslosenzahlen nochmal nach sozialen Gruppen aufgeteilt haben, das einfach hilft, differenziert da zu argumentieren. Auch da habe ich wieder eine Karte mitgebracht, wo wir sehen, na, sehen wir nicht so viel. Na gut, wir erahnen, dass je feiner die Karte aufgelöst ist, umso besser können wir natürlich auch erkennen, was sind da für regionale Unterschiede. Ich gehe direkt mal weiter, hier sieht man es glaube ich besser. Also wo wir vielleicht einfach nicht mehr nur auf Europa vielleicht sehr viel ähnlicher sind, auch über Grenzen hinweg oder so ja hier auf der rechten Seite von Zeit Online in der Wahlkarte, wo man sehen kann, wir können fast gar keine Ländergrenzen mehr erkennen. Anscheinend sind die einzelnen Menschen sich doch so ähnlich und quasi deren Meinung ändert sich nicht so krass an der Ländergrenze, wie das sonst häufig vielleicht der Eindruck ist. Dann leisen Vorgängen ein Gesicht geben, auch das glaube ich kann Datenvisualisierung sehr gut, indem wir andere Daten sammeln, neue Akteure zeichnen lassen und davon ist ein gutes Beispiel von der nigerischen, amerikanischen Künstlerin Mimi Onuhoa, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen, die ein Projekt hat, Missing Data Sets, wo sie einfach nur gesammelt hat, was sind Daten, die es noch nicht gibt, die wir aber erheben sollten. Also zum Beispiel wie viele muslimische Viertel werden vom FBI überwacht, wie viele Trans-Personen werden aufgrund ihres Aussehens in der Wohnungssuche diskriminiert, aber es ist vielleicht auch ganz aktuell, wie viele arbeitende Menschen sind in Katar gestorben. Auch da wurde jetzt in der Tagesschau ab und zu darauf hingewiesen, dass die Zahlen einfach nicht erhoben werden, weil die immer nur unter die allgemeine Kategorie Herzversagen oder sowas gefasst wurden und nicht tatsächlich, sie sind bei der Arbeit aufgrund der Hitze oder irgendwas gestorben. Und auch da sozusagen das Zitat von ihr, dass es halt immer, sobald ein Datenset erhoben wurde oder eigentlich, man kann es auch genauso gut umdrehen, sobald das erhoben wurde, gibt es auch immer eine andere Seite, die das lieber nicht erhoben haben möchte oder wenn es noch nicht erhoben möchte, dass tatsächlich aktiv auch verhindert wird, dass diese Daten erhoben werden. Leise Vorgänge sichtbar machen ist auch hier das Thema. Hier geht es um den Klimawandel und einerseits auf der rechten Seite, wo ich glaube in 2100 der Meerestand projiziert wurde in der Landschaft oder auch hier in Boston, wo die Menschen dann die zukünftigen Meeresspiegel abgelaufen sind, um den sichtbar machen zu können in der Stadt und dann auf dieser Leiter, wo auch nochmal die Fußhöhe an Wasser, die an dem Punkt dann sein wird, nochmal sehr schön angezeigt haben, wie hoch die Leute oder die Redner auf dieser Treppe drauf standen. Oder andere Akteure zeichnen lassen, das sind noch Beispiele, wo die quasi die Natur ist der Akteur. Auf der linken Seite sind es zwei Ameisen, die in so Containern drin waren und herumgelaufen sind. Oder auf der rechten Seite quasi die die Windbewegung, der Baum ist quasi der oder die Künstlerin, die dann diese Visualisierung kreiert. Neuinterpretation, Countervis, auch das wieder in Anlehnung an Countermapping von gestern. Einfach, dass wir selber lernen, Visualisierung zu kreieren, um dementsprechend halt auch Fehler zu erkennen und aufzudecken und endlich mal noch ein Projekt von mir, um das auch noch da drin zu haben. Da geht es um Airbnb, das ist schon ein bisschen älter, von 2015. Es war früher so der Fall, dass die einzigen, die wussten, wie viele Airbnb-Angebote es in den einzelnen Städten gibt, nur Airbnb selber war. Die haben die Zahlen nicht rausgegeben, obwohl es diese große Diskussion gab, ob Airbnb schlecht für den Wohnungsmarkt ist. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir die Daten selber erhoben haben, indem wir das Verhalten der Airbnb-App quasi nachgeahmt haben und dann alle Angebote aus den einzelnen Städten gezogen haben und dann einfach mal auf eine Karte gelegt haben. Hier oben ist Berlin zu sehen mit der Ringbahn, wo man sehen kann, die meisten Angebote sind natürlich innerhalb der Ringbahn. Was sind die beliebigsten Straßen bei Airbnb? Wer sind quasi die Top-User? Hier unten zu sehen, wo man sehen kann, dass die Top-User in Berlin die Top Ten insgesamt 281 Angebote haben, die übrigens alle keine Steuern dafür wahrscheinlich bezahlen. Und auch hier auf der rechten Seite noch mal eine Deutschlandkarte, wo wir gezeigt haben, was ist der Anteil an nicht kommerziellen und wahrscheinlich kommerziellen Anbietern auf Airbnb? Genau. Und wurde irgendwie von der Presse ganz gut angenommen, weil es tatsächlich das erste Mal war, dass auch mal, wie eben schon angedeutet, Zahlen von außerhalb von Airbnb kommen, weil es natürlich offensichtlich ist, dass Airbnb das sehr beschönigt hat, was da los ist. Als letzten Punkt dann noch, welche Daten sollten wir nicht erheben? Da geht es um die Gefahrenpotenzialen von den Daten und halt auch schädlichen Visualisierung. Auch da wieder ein Zitat mit der Fragestellung, was lassen wir verschwinden auf der Welt, indem wir die Welt halt mehr vorhersagbar, mehr managebar, also auch da sozusagen wieder mehr quantifizierter machen, ohne halt auch diskreter, also wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Dinge in Kategorien werfen. Ihr kennt das bestimmt alle von euch selber. Wo sind so die Fälle? Wo habt ihr eher auf Daten gehört als auf euch selber? Also wo war es dann vielleicht so eine selbst erfüllende Prophezeiung? Euer Schlaftracker hat gesagt, ihr hattet heute Nacht einen schlechten Schlaf und deswegen habt ihr es geglaubt und habt gar nicht geguckt, war das vielleicht wirklich so? Wo habt ihr vielleicht eher dem Thermometer geglaubt und habt nicht einfach selber geguckt? Was habt ihr an Begegnungen verpasst, weil ihr Google Maps verwendet habt und nicht nach dem Weg fragen musstet? Da gibt es ja tausend Beispiele, wo wir einfach eher den Blick aufs Handy oder irgendeiner Messeinheit oder was auch immer vertrauen als all den anderen Faktoren, die es noch gibt, die wir eigentlich messen können. Und vielleicht noch, man soll sich auch immer bewusst sein, woher das Ganze kommt. Und da ist es halt einfach so, dass die Nationalsozialisten einfach halt quasi die Meister in Quantifizierung, Kategorisierung waren, wo ganze Bevölkerungsschichten in Gruppen eingeordnet wurden, wo es ganz klar, wo probiert wurde, wie können wir die Kopfform so vermessen, um irgendwelche Aussagen über sexuelle Vorlieben oder Herkunft oder sonst was zu machen. All das kommt natürlich aus dieser Zeit und dementsprechend sozusagen ist auch diese Disziplin der Datenvisualisierung immer noch sehr stark davon geprägt. Das Absicht. Genau, einfach unter der Berücksichtigung, dass halt sozial Schwache werden immer überquantifiziert sind und immer unterrepräsentiert. Also wir merken das ganz stark irgendwie bei Hartz IV, wo ganz, wo unglaublich starke Überwachung herrscht, wo ganz genau angegeben werden muss, wie viel, wie hoch ist der Kontostand, wo hält sich die Person auf. Aber auch die Nachbarschaft mit sozialen Schwachen werden tendenziell stärker mit Kamera überwacht. In der U-Bahn sind sehr viel mehr Kameras als in irgendwelchen Taxis, wo die Reicheren dann eher mitfahren. Auf der anderen Seite natürlich ist dieses unterrepräsentiert, sehen wir es vor allem in Machine Learning, die nicht auf schwarze Menschen reagieren oder falsch reagieren, weil sie als Gorillas eingeordnet werden. Oder auch Seifenspender gab es ein Video, wo nicht, wo die Person mit einer schwarzen oder mit einer dunkelfarbigen Hand quasi keine Seife bekommen hat, weil es einfach nicht in der Bilderkennung funktioniert hat. Also auch das sind einfach alles Folgen davon, von Rassismus, von einem patriarchalen System, die jetzt quasi in Technologie reingegossen werden. Also meine Idee zu dem Ganzen ist so ein bisschen dieses Quantified Self, was jetzt Bewegung gibt, umzudrehen an eher so ein Qualified Self. Tatsächlich ist sehr schön, dass es eigentlich schon oben bei den Fotoprojekten passiert ist. Ich möchte jetzt also ermutigen, quasi die Methode zu nutzen und einfach mal selber anzufangen, Dinge zu zählen bei euch im Leben und zwar nicht, dass ihr irgendeine Sportuhr oder irgendwas benutzt, sondern eher mal guckt, okay, was ist so, weiß nicht, wie fühle ich mich heute, wo ihr dann selber die Grenzen zählt, was ist sozusagen, ab wann fühle ich mich gut, ab wann fühle ich mich schlecht. Das eher wie so als Tagbuch aufschreibt, vielleicht auch erstmal für euch und dann darüber nachdenkt, mit wem würde ich das jetzt teilen. Also einfach diese ganze Praxis mal nachahmen, ohne halt dafür irgendwelche Gadgets zu verwenden, ohne irgendwelche Services zu verwenden, ohne die Daten am Ende an irgendjemand rauszugeben und hier vielleicht als Inspiration, auch wenn es natürlich gar nicht so aussehen soll, hier links von Nicolas Felten, der getrackt hat, wie er Leute im Supermarkt gegrüßt hat, wie er mit anderen Leuten interagiert hat, dass er schon visualisiert. Hier in der Mitte eher so ein bisschen so ein Silicon Valley Beispiel, wo es ein Dashboard ist über eine Person, wo sie quasi die ganze Zeit veröffentlicht, wo sie gerade ist, was sie gemacht hat und dann auf der rechten Seite eher noch so ein künstlerischer Ansatz, der vielleicht auch für euch dann am interessantesten ist, wie so ein Tagebuch, wo ich selber ein bisschen zeichne, wo ich selber Visualisierung entwickle, wo es quasi keine Regeln gibt, wo es kein Tool gibt, was mir vorgibt, welche Visualisierung-Form es überhaupt gibt, sondern eher, ja, wie würde ich das jetzt ganz persönlich darstellen, wenn es keine Welt da draußen gibt. Genau. Und in dem Sinne sage ich danke einen Satz an euch und hier nochmal an die ganzen Autorinnen und Autoren dieser Bücher. Für alle, die sich geärgert haben, dass sie die Fußnote nicht mitgeschrieben haben, gibt es noch ein paar Buchempfehlungen und genau, wenn es Fragen gibt, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jonas, für diese sehr engagierte und pointierte Präsentation deines Ansatzes oder deiner Möglichkeiten, deiner Optionen, die du darin siehst. Ich glaube, es sind tatsächlich eine ganze Reihe von Punkten wieder aufgetaucht, die wir gestern ja auch schon angeschnitten hatten, also auch gerade zum Beispiel die Frage, was machen Visualisierungen eigentlich unsichtbar, also das Phantasma, dass die Visualisierung alles zeigen könnte, ist, glaube ich, sehr klar geworden, dass jede Form der Visualisierung auch immer Interessen geleitet ist und man gut aufpassen muss, wessen Interesse da eigentlich dahinter steht und was damit bedient oder ausgelöst wird. Insofern passt dein Vortrag ganz gut jetzt in den Kreis, der sich allmählich zu schließen beginnt, sagen also einerseits, wie fließen die Daten in die Visualisierung hinein und dein Ansatz jetzt, was macht diese Visualisierung eigentlich dann mit den Leuten, die sie zur Kenntnis nehmen oder wahrnehmen oder damit bombardiert werden. Gibt es Fragen, Ideen, Diskussionspunkte? Ja, Katrin. Ja, Jonas, vielen Dank für den spannenden und inspirierenden Vortrag, wo ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenken musste, was jetzt nochmal irgendwie auch mein Gedanke war. Ich fand es sehr interessant, als du sagtest, bei den zwei Universitäten, genau, also wie wichtig ist eigentlich auch zu wissen, also welche Fragen gestellt werden bei der Erhebung und wie auch die Fragen gestellt werden und in welchem Umfeld und müsste dann nicht eigentlich auch dieser Prozess irgendwie auch noch danach dargestellt werden in diesen Visualisierungen? Das war jetzt gerade so, weil das ist ja total wichtig. Da würde ich direkt das zweite Buch empfehlen. Da ist die Formulierung, dass all data is local, da geht es genau um den Punkt, dass sozusagen die Daten wurden an einem Ort erhoben auf eine Art und Weise, die überall unterschiedlich sein kann. Dann wird sie allerdings diesen Kontext entzogen und einfach irgendwo in eine Tabelle, in Excel wahrscheinlich irgendwo gepackt, wo es einfach nur noch diese eine Zahl gibt und gar nicht mehr, genau, was war das Umfeld, war der Fragende männlich oder weiblich oder was auch immer. Und tatsächlich gibt es ein sehr schönes, ja, künstlerisches Projekt, wo eine Person, ich weiß leider den Namen nicht mehr, versucht hat nachzuvollziehen, woher ein einzelner Datenpunkt kommt. Und das ist quasi so eine Odyssee, ich sag mal irgendwie einmal um die Welt, um einfach nur rauszufinden, ja, woher kommt jetzt dieses, ich sag mal Bruttoinlandsprodukt, wer hat das tatsächlich jetzt auf 1230 festgelegt? Was sind da die Entscheidungen und was ist da zwischendrin alles rausgefunden? Also total, stimme ich dir zu. Es ist super wichtig, dieses Data Setting oder dieses lokale Setting eigentlich mitzutransportieren. Irgendjemand, der es wahrscheinlich ganz anders interpretiert. Ja, danke. Gibt es noch mehr Fragen oder Ideen oder Kontaktstellen, die diskutiert werden müssen? Ich hätte noch eine Frage oder einen Ansatzpunkt. Die automatisierte Datenaufnahme hat, glaube ich, in der Wissenschaftsgeschichte, in Europa zumindest, sozusagen so eine Spur zurück ins 19. Jahrhundert, wo so Selbstaufzeichnungssysteme im Rahmen der Wissenschaft im 19. Jahrhundert aufgekommen sind. Also, was weiß ich, dass man Blutdruckmessgeräte entwickelt, die dann automatisch den Blutdruck in eine Kurve übertragen, ohne dass das jemand jetzt mit der Hand oder mit sozusagen subjektiven Mitteln rausfindet. Oder eben auch die Fotografie, da hatten wir ja gestern auch drüber gesprochen, die auch als so ein Selbstaufzeichnungsgerät wahrgenommen wurde oder so ein objektives Bild zu bieten scheint. Und wir sehr lange viele Generationen gebraucht haben und immer noch dabei sind, uns daran zu gewöhnen, dass Fotografie eben nicht ein objektives Medium ist, sondern durchaus eben subjektiv gesteuert wird. Dass das eben auch für die Datenvisualisierung gilt, die sozusagen sich automatisch generiert, weil man irgendeinen Algorithmus programmiert hat und den Aspekt, den du am Schluss gemacht hast, dass eben diese Algorithmen ja auch von Menschen programmiert sind, die ein bestimmtes Weltbild haben oder den Blick auf die Welt haben oder ein Interesse daran haben, dass die Daten eben so und so aussehen und nicht anders aussehen, damit dann eben, also Extrembeispiel Fox News tauchte bei dir ja auch wieder auf, den hatte Cornelia heute Morgen ja auch ein Beispiel davon, dass also würde ich jetzt unterstellen, mit bösartiger Absicht sozusagen, was eingeschleust wird, um Menschen eben zu manipulieren oder sie dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Also war jetzt keine wirkliche Frage, war mir so ein Ansatzpunkt. Genau, ich glaube, deswegen ist es ja auch total wichtig, dass wir mit diesen Leuten, die die Algorithmen entwickeln, auch irgendwie sprechen, also nicht diese zwei Disziplinen sind, die InformatikerInnen setzen das irgendwie um, geben quasi die Daten weiter an irgendwelche DesignerInnen oder JournalistInnen oder irgendwen anders, der es dann einfach umsetzt, sondern dass da tatsächlich auch ein Gespräch stattfindet, wie das später verwendet wird, vielleicht auch in welchem Land wird das verwendet, also all diese regionalen, kulturellen Unterschiede, genau, gehen natürlich einfach verloren jedes Mal, wenn das an irgendeine andere Disziplin weitergegeben werden wird. Und eben dann auch eine gewisse Verantwortung bei den StatistikerInnen liegt oder bei den GrafikerInnen oder bei all diesen Menschen, die eben in diesen Kommunikationsprozess eingebunden sind. Jeder füttert sozusagen ein Stück von seinem Interesse oder seiner Weltsicht. Und dass das vielleicht auch nichtmenschliche Akteure sind, fand ich ganz schön bei dem Beispiel von Tim Knowles, also der Stifte an die Zweige von Bäumen bindet und dann an die Zeichen und dann Kurven auf dem Papier und dann eben zeigt, dass die Trauerweide macht eben andere Linien als irgendwie die Buckeleiche oder was weiß ich was. Also, dass nicht nur wir Menschen sozusagen bewusst damit operieren, sondern dass eben Algorithmen oder künstliche Intelligenzen oder wer auch immer auch mitspielt an dieser Bastelei von vermeintlicher Evidenz oder vermeintlicher Realität. Ich glaube, da ist das Schöne ja auch, dass auch da wieder unglaublich stark die Grenzen der Disziplin aufgezeigt werden. Also, eine Botanikerin würde ja wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, einen Stift an den Baum zu hängen und das dann zeichnen zu lassen und darüber dann Aussagen über den Baum zu machen. Aber tatsächlich ist es ja auch eine Aussage, wie du ja gerade so schön gezeigt hast, eine Trauerweide bewegt sich anders. Also, das ist ja auch eine Eigenschaft eines Baumes. Trotzdem wird es wahrscheinlich nicht in der Botanik vorkommen. Genauso wenig ist sozusagen vielleicht im Design, wird niemand zu Bäumen gehen oder sowas. Also, auch da wieder einfach mal zu gucken, was machen andere Disziplinen, was sind vielleicht auch irgendwie so andere Akteure, die ich für meine Praxis verwenden kann. Also, ich glaube, da liegen einfach unglaublich große Potenziale noch, wenn wir uns vermischen oder andere Praxisen als Inspiration nutzen. Ja, wo auch der Übergang vielleicht zwischen dem künstlerischen und dem wissenschaftlichen und dem kommunikativen und dem analytischen zu finden sind. Ja, eine Wortmeldung noch. Genau, eigentlich auch eher eine Anmerkung als eine Frage. Also, erstmal vielen Dank für die interessanten Aspekte. Also, manches kennen ja viele, die sich damit beschäftigen, dass man jetzt so Achsen verkürzt, dass das verwälschend oder verwirrend sein kann und so weiter. Aber zum Beispiel das Beispiel mit den Pfeilen, das fand ich sehr interessant, dass das halt einen Eindruck hinterlässt, den man vielleicht gar nicht hinterlassen möchte, auch wenn man das macht, vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Und stattdessen einfach, weil es die Darstellung gibt mit diesen Pfeilen als Ströme. Ich hatte das ja auch ganz zu Anfang in meinem Vortrag, seit dem 18. Jahrhundert, ja letztendlich, bei dem Schalminar mit dem Weinexport ist es ja genauso. Ist das Informatiker oder so oder als jemand, der solche Sachen erstellt, natürlich schnell die Haltung, ja, das Wort schon immer so gemacht, mache ich das doch auch so. Und dann auch zu zeigen, in diesem Schulbuchbeispiel, wo es dann wirklich wie so Kriegsfronten und so aussieht, dass das dann wirklich einen falschen Eindruck vermittelt, fand ich sehr gut. Und dann noch, genau, mit dem Auslassen von Daten und Auswählen und Weglassen muss man ja heutzutage fast zwangsläufig, weil es immer mehr verfügbare Daten gibt, das war vor 50 Jahren vielleicht anderswo, wenn man Daten brauchte, froh war, wenn man irgendwo welche gefunden hat, heute mit Open Data und so weiter, findet man ja mehr Daten als einem liebt ist. Von daher wählt man ja letztlich zwangsläufig irgendwie aus, deren Erheber man vertraut. Von daher auch diese Sache Data as Capta, passt auf jeden Fall auch. Das sind viele interessante Aspekte, über die man nachdenken müsste. Und genau, wie du sagtest, denjenigen, die die Grafiken erstellen, vielleicht gar nicht so drüber nachdenken, nochmal einen Hinweis zu geben, immer mal wieder, ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Gut, jetzt sehe ich keine Hände mehr oben. Insofern danke ich dir nochmal ganz herzlich für deinen Vortrag. Vielen Dank.